Ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft. Wir sind jetzt an der zu sprengenden Brücke angekommen. Es kann nur noch wenige Minuten dauern. Mal schauen, wie das abgeht. Die ganze Brücke ist ja ansonsten ziemlich eingepackt. Okay, alles klar. Alles gut. So. Also. Erster Peak. Man sieht, etliche Leute haben sich versammelt. So. So. Nach den ersten Auskünften ist es wohl so, dass jetzt mit dem ersten Peak klar gemacht wurde, dass sich niemand mehr dort aufhalten kann. Es könnte entweder innerhalb von wenigen Sekunden schon losgehen oder noch etwas dauern. So. 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 Alle warten gespannt auf die 2e Hupe. Weil das wohl auch noch vorgeschrieben ist. Sparer der Freude! Du hast den Vorteil, musst du los! Nein, es kommt ja noch ganz gut! Bei der Kampagne ist das nicht der Weg! 4, 2! 1,4... 1,4... Musik Na ja, noch ein bisschen neblig, pünktlich waren sie alle malen, nichts mehr zu sehen. Der Sprengmeister sagt gerade, es gibt hier nichts zu sehen, es gibt nur noch Dreck. So, ja, nun ist diese Schadbrücke endlich weg in Hamburg. Weil ich informiert bin, wird erst im nächsten Jahr angestellt. So, ja, nun ist diese Schadbrücke. So, ja, nun ist diese Schadbrücke. So, ja, nun ist diese Schadbrücke. So, ja, nun ist diese Schadbrücke.